Mahlzeit Leute und herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute will ich das Dach auf Outdoor Küche oben drauf machen. Eventuell streiche ich die und alles andere werden wir sehen, was ich dann vielleicht noch mache. Gestern war ich im Baumarkt, habe diese Dachplatten hier besorgt. Wir hatten das Dach ja oben auf zwei Meter geschnitten oder knapp zwei Meter 1,98 Meter. Die Platten sind ja nur zwei Meter. Ich habe die gestern mal drauf gelegt. Das passt gerade so, das ist ein bisschen Kacke. Da muss ich dann irgendwie vorne und hinten nochmal fünf Zentimeter wegschneiden, damit das da drauf passt. Aber dann sollte es passen. Ja, das schneide ich jetzt passend und dann schmeiße ich die Platten da oben drauf. Ich habe von zu Hause noch so dünne Leisten mitgebracht von der Vertäflung. Das sollte reichen, um da eben drei, vier Schrauben oben drinnen zu versenken, dass es beim Wind nicht weg kann. Das mache ich jetzt erstmal. So, als allererstes schraube ich jetzt erstmal die hier wieder ab, damit ich dann hier dran komme mit der Säge. Ich bin ein bisschen nervig. Ich schneide jetzt einfach vorne und hinten fünf Zentimeter ab, dann habe ich Zähne gewonnen, dann passen die da auch drauf. So, jetzt schraube ich den ganzen Scheiß wieder zusammen. Ich liebe es, doppelt zu arbeiten. Top. Den Scheiß habe ich schon mal erledigt. Und dann kann ich jetzt die Platten draufschmeißen, dann messe ich mir das einmal aus. Dann habe ich hier noch diese dünnen Leisten. Schraube ich dann dazwischen, dass ich Punkte habe, wo ich das festschrauben kann. Dann sollte das eigentlich eine schnelle Nummer sein. Eventuell sieht man durch das Dach, dass ich ein bisschen krumm gebaut habe. Ja, das können wir jetzt nicht ändern. So, ich habe das jetzt gemessen. Ich nehme das wieder runter. Ich muss ja einmal, zweimal, dreimal verschrauben und an den Seiten fünfmal. Ich schraube jetzt alle, das ist genau von da bis da bei 52. Dann setze ich jetzt alle 63 Zentimeter so eine Leiste dazwischen, schraube die fest und dann kann ich das Dach wieder draufschmeißen und kann das Dach verschrauben. Dann mache ich das einmal sauber. Wollte ich noch eben gucken, vielleicht mache ich noch zwei Spots. Da reinge ich noch so zwei LED-Spots, die wollte ich noch reinsetzen. Und streichen wollte ich das eigentlich auch noch, aber wir haben schon fast sechs Uhr, also geht das schon wieder knapp. So, das wäre das. Jetzt würde ich dann oben Platte für Platte draufschmeißen. Mir fehlen ja oben die Distanzstücke. Habe ich jetzt einfach, probiere ich einmal so. Zwei kleine Stücke setze ich jetzt da oben inzwischen und wenn das reinpasst, schneide ich noch ein paar mehr. Erstmal gucken wir, ob das passt. Das geht auf jeden Fall hundertprozentig. Ich schneide mir jetzt eben noch mal 30 Stück davon und dann zeige ich euch das einmal. So, jetzt habe ich hier diese ganzen kleinen Dinger geschnitten und die passen dann perfekt da oben drunter und die kann ich jetzt hier so drunter setzen. Und schon hält das und ich habe mir diese Plastikdinger aus dem Baumarkt gespart, die ich holen wollte, aber vergessen hat. So, das Dach ist jetzt drauf. Ich hätte niemals gedacht, dass das so lange dauert. Das ist ja eine richtige Dreckskacke. Ich dachte, das geht ruckzuck. Schmeiße ich das eben drauf. Viertelstunde ist das drangeschraubt. Weiter geht's. Drauf ist es jetzt. Es überlappt auch überall. Vorne passt es. Ja, nicht hundertprozentig, aber wir sind ja hier nicht. Wir sind hier im Wald und dafür ist das schon in Ordnung. Hinten guckt es auch ein Stück drüber. So ist schon schick. Jetzt kann man dann hier auch irgendwas machen. Am Pfingstsonntag sind wir hier und wollten dann so Flaki machen. Kann man das dann hier auch stehen lassen. Da fällt von oben auch nichts drauf. Ich glaube, das ist ein bisschen cooler, weil hier liegt schon sehr, sehr viel Mist drauf. Klar, wir sind im Wald, aber ja, da kommt auch viel von oben. Das hört dann hoffentlich auf. Jetzt wollte ich hier oben noch so ein Brett reinmachen. Da und auf der anderen Seite hier genauso. Dann habe ich noch diese Spots, die würde ich dann ganz gerne hier noch so da reinsetzen. Oben eins und da hinten auch eins. 35,5. Ich habe keinen Bohrer dafür mitgenommen. Jetzt muss ich das so machen. Das hat auch schon mal funktioniert. Wenn ich das jetzt so da reinschraube, kann ich das noch einstellen. Tipptopp. So, den ersten habe ich jetzt aufgehangen. Kabel verläuft dahinter. Sieht man dann von unten nicht mehr. Kann man noch so ein bisschen neigen. Gucke ich mal gleich, wenn da ein Strom drauf ist, wie das aussieht. So, ich habe jetzt gerade mal das Stromaggregatenschnitt weggestellt. Das steht jetzt da. Die Lampen habe ich jetzt beide oben drin. Das war einmal hier und dann einmal da. Verkabelt habe ich das jetzt erstmal von hier. Da muss ich noch einen Kabelkanal einmal mitbringen. Aber jetzt zum Testen soll das erstmal reichen. So, dann habe ich das hier unten. Das Kabel von da hinten läuft dann da drunter her. Kommen beide hier zusammen. Auf den Stecker geklemmt. Jetzt würde ich einmal live mit euch ausprobieren, ob es funktioniert, weil ich habe es selbst noch nicht getestet. Entweder brennt alles ab oder es leuchtet. Gucken mal. Ja, top. Das sieht richtig gut aus. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen hell. Es wird natürlich im Moment auch erst spät abends dunkel, dass ich es dann testen kann. Gucken, ob ich so lange heute hier bin. Aber das sieht erstmal nicht schlecht aus. Vielleicht bringe ich mir noch zwei mit. Mache ich die hier oben noch zwischen. Dann sollte man hier erstmal Licht genug haben. So, für heute reicht es jetzt erstmal. Ich haue jetzt ab. Das Dach habe ich oben drauf. Die Lampen habe ich reingeschraubt. Morgen gucke ich nochmal, ob ich eine Lampe für hier unten drunter bekomme. Hier sieht man, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ist immer das Gleiche. Wir sind auf dem Weg zum Auto. Der Hund springt nochmal ins Wasser. So, jetzt kann ich entweder einen pitschnassen Hund mit dem Auto mit transportieren, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Oder ich bin gezwungen jetzt noch hier zu bleiben. Zelli, wollten wir nicht nach Hause? Morgen versuche ich dann nochmal zu streichen. Und jetzt haue ich erstmal ab. Ciao. So, da sind wir wieder. Nächster Tag. Ich habe heute noch von der Post was bekommen. Das wollte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Ich sagte ja, ich habe für die Solaranlage so ein paar Teile bestellt. Ich habe hier eine große Batterie. Die soll dann demnächst den Strom speichern. 12 Volt, 180 Ampere. Also da geht ein bisschen was rein. Dann habe ich heute bekommen den Laderegler, der dann dafür sorgt, dass der Strom von der Solaranlage passend in eine Batterie geht. Wechselrichter hatte ich ja schon. Jetzt fehlt mir dann nur noch die Solaranlage. Die kaufe ich, oder die Solarplatte. Die kaufe ich aber gebraucht von Kleinanzeigen. Und dann kann ich ja nach und nach, sehe ich ja wie viel Strom ich verbrauche und ob ich gut klarkomme oder nicht. Das ist das Schöne. Kannst dann halt immer noch eine Platte daneben machen. Kannst das dann erweitern. Ich wollte einmal kurz erklären für die, die sich damit gar nicht auskennen, wie das dann demnächst laufen soll. Den Strom nehme ich aus der Autobatterie. Kommt, tut der Strom von, das ist jetzt einfach nur so ein kleines Ding, was ich noch rumfliegen hatte, vom Solarpanel. Geht dann in den Laderegler. Der Laderegler macht das dann passend. Und wie das 100%ig funktioniert, weiß ich nicht. Ich mache dann aus dem Sonnenstrom quasi passend für die Autobatterie. Und aus der Autobatterie kann ich dann hier unten mit so einem 12V Lichtausgang quasi, könnte ich dann Strom abnehmen, könnte ihn hier drüber an- und ausmachen. Hast noch zwei USB-Eingänge dran zum Handyladen. Das funktioniert auch. Ich habe jetzt einen Laderegler genommen, der bis zu 100 Ampere laden kann. Ich denke mal, ich nehme irgendwie eine 100 Watt Platte oder was. Das kann man sich dann ausrechnen, wie viel Ampere maximal von der Platte kommt und danach muss man den dann wählen. Ich habe jetzt einfach einen großen genommen, da habe ich keine Kopfschmerzen, kann immer wieder erweitern und brauche das nicht ständig ändern. Das ist jetzt nur so ein Versuchsaufbau hier. Das sind natürlich viel zu dünne Leitungen. Das ist einfach nur, um das mal zu zeigen. Ja, der Strom geht dann hier rein. Er wandelt das um, packt das dann in die Batterie und aus der Batterie nehme ich das dann mit dem Wechselrichter. Der Wechselrichter macht dann aus 12V 230V. Der macht jetzt bis 1000 Watt. Ich sagte ja, die Bachlaufpumpe hat 800 Watt. Die zum Rasen sprengen die Pumpe hat 650 Watt. Dann komme ich mit 1000 Watt klar und ich habe das Stromarregat ja noch für die ganzen großen Verbraucher. Das Ding soll sein für ein bisschen Licht oder wenn ich mal hier einen Kühlschrank laufen lasse für zwei, drei Stunden, dass ich das Stromarregat noch nicht laufen habe. Aber wie gesagt, das ist das. Strom kommt von der Batterie, geht hier rein. Das Ding ist jetzt an. Jetzt kannst du dann hier normal Strom abnehmen. Zum Beispiel hier eine Lampe oder jetzt, was ich gestern gebaut habe, von der Outdoor-Küche die Beleuchtung. Für sowas soll das dann sein und dafür reicht das dann auch. Also wie gesagt, das leuchtet hier. Ja, das wollte ich nochmal kurz einmal erklären für die Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert mit so einer Inselanlage. Ich werde jetzt hier ein bisschen sauber machen, einmal die ganzen Beene und Dreck und so wegfegen und dann werde ich endlich anfangen das zu streichen. Morgen ist Pfingst, Sonntag und wir kriegen ja Besuch und dann wollte ich das einmal eben gestrichen haben. Die Farbe habe ich die günstigste gekauft. Also ich habe keine Ahnung, es steht drauf dunkelbraun. Ich werde gleich sehen, wie es aussieht. Ja, wenn es total kacke ist, muss ich es runterschleifen oder was. Aber erstmal probieren wir das jetzt aus. Ich habe jetzt sauber gemacht, das ist ein bisschen abgefegt, das Zeug ist mal durchgeschüttelt und hier reingekippt. Ja, die Farbe sieht ein bisschen komisch aus, aber ich streiche es jetzt drauf und gucke, was dann passiert, wie es aussieht. Wenn man das nicht zu dick macht, sondern schön dünn, so wie hier, wenn dann die Holzstruktur, die Maser noch zu sehen sind, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Hier habe ich es ein bisschen dicker. Das war das erste, aber so wie da unten und das ist dann eigentlich ganz cool. Ich mache mal das halbe Ding fertig und dann ist es sowieso zu spät, aber dann gucken wir mal, wie es aussieht. Die erste Hälfte habe ich jetzt fertig. Ich finde es ganz cool. Es kommt halt überall wieder durch, weil das ja auf so einer Wasserbasis ist und es ist halt nicht mehr so auffällig. Ich finde, hier wird es jetzt sehr hell, dann muss ich vielleicht gleich nochmal drüber, aber die Holzmaserung bleibt und so. Ich glaube, ich mache das hier oben drauf auch. Also ich mache erst mal weiter, weil das habe ich mir nach dem ersten Pinselstrich schlimmer vorgestellt. Das ist eigentlich, ich finde es top. Ich habe es jetzt geschafft, nach ein paar Stunden streichen. Ich bin richtig, richtig, richtig zufrieden. Sieht richtig gut aus. Ich habe noch ein bisschen was ausprobiert vorne mit ein, zwei Lampen. Das ist die Theke jetzt. Hier unten habe ich auch eine Lampe eingebaut, aber die leuchtet nicht. Da muss ich morgen eine neue mitbringen. Aber ich glaube, so ist es ganz cool. Die Farbe finde ich mega. Das ist jetzt noch ein bisschen am Trocknen. Für mich gibt es heute nichts mehr zu tun. Ich haue jetzt ab, fahre nach Hause, grille noch mit der Familie. Das Video wird wahrscheinlich Sonntag online kommen. Euch wünsche ich einen schönen Sonntag, schönen Pfingstmontag und bis nächste Woche. Ciao.